ich habe ein sie hat mit mir gesprochen über dieses komische dinge und dann habe ich mich ein bisschen erschrocken moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge fast mo phobia wir sind heute schöner als was wir als letztes ausgesucht ist und gruppen und alleine auch alleine okay schlüssel haben wir ich bin in deinem kopf ich will da nicht rein stacy young stacy wo bist du gib uns ein zeichen hier auch schranktür schranktür und hier die tür hier die tür gerade aufgehangen kommen hier links da hier die ist richtig aktiv zwillinge fingerabdrücke hast du oben auch geguckt manchmal sind die oben nein hier ist nix da ist nix mehr aber wir haben hier elf grad neun grad im flur jetzt eine tasse geschmissen foltergeist hier ist ein bild runtergefallen wundert mich nicht da ist nicht mein nagel in der wand bestimmt hier mit diesen padex hat nicht erhalten weil die wand schlampig gestrichen so jetzt nehmen wir das mit und ja du hast viel zu hell dieser raum da müssen wir was tun das licht muss aus wieder da sehen wir ja gar nix bestimmt wieder hier vorne und die andere auch noch gleich auf befürchte sie ist im keller nein hier ging doch die ganze zeit die türen auf und so ja aber hier sind fünf grad im keller ja aber du stehst ja noch im flur geh mal durch die tür durch genau die ist hier im flur ich habe was gehört ich bin nicht zuerst töte sie stacy töte sie brauchen wir noch mal zwei aber wie packen wir die am besten vielleicht hier so die hat das bild hier eben runtergeschmissen da hin war das gefriertemperatur eben ne die kreuze können wir auch vergessen sind auch keine quest ne doch das hier doof die haben ja gar nicht die range die kreuze habe ich noch nicht war das gefriertemperatur ja auch zwei aber nur genau noch mal eins hier 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 in der sammlung da einfach mit rein schmeißen genau das sieht schick aus danke wir haben sie mit dem kreuz aus der ecke hier vertrieben glaube ich oh mein gott katze dass du immer so viel reden musst das such dir was aus hinten hat licht geplackert was können wir denn jetzt noch tun das licht müssen wir ausmachen sonst sehen wir durch die kamera nix das war das was du angemacht hast da hinten das war das was du angemacht hast da hinten okay geisterbox sehr schön so aber wir haben keine finger abdrücke das nicht gut hast du nicht noch eine kamera ja ich bin fast min und ich bin noch viel dober ja was ist da hinten gerade passiert gehen wir auf die andere kamera mein gott oh halt die fresse da war ein orb ja aber hier hinten ist gerade was passiert ja du bist passiert das ist das problem deine männer ist passiert hey was soll hier passiert sein hier ist nichts passiert da fliegt nur das der orb da hinten nee das meinte ich eigentlich nicht ja ja das habe ich gesehen aber das meinte ich nicht oder sind das die schneeflocken nee aus dem winkel auf keinen fall aus dem ist er seitlich geflogen so jassi meckmuff wollen wir reingehen ist bestimmt das buch links freude freude rechts freude hast du auch eine lachpille genommen so hat sie ins buch geschrieben nee stacy schreibt mal ins buch ach so ich war mir nicht sicher ob die gebürt ich habe irgendwas fotografiert ist was du hier fuß abdrücke dann sind doch bestimmt auch fingerabdrücke oder ich weiß nicht guck mal was ist denn hier vor ihm hinterher geh noch mal rein im fs 2 alter das war gut warte mal ich guck mal warte mal warte mal warte mal fingerabdrücke sind buch ja yokai yokai wäre dot ok haben wir nicht und onrio wäre gefriert ja ich habe das thermometer gar nicht mit wenn wir ich bin der meinung wir hatten schon gefriert temperaturen ja kann sein wenn es aber als wir doch noch fingerabdrücke kriegen es ist der mimic also der ist wieder mit im spiel und wir haben ja die fußabdrücke auf jeden fall aber die hast ja bei mehreren geistern das ist das problem was habe ich denn hier noch gut also ich habe hier einen ausschlag von fünf richtung kinderzimmer ich habe hier überall ausschlag 56 ok sie ist auf jeden fall da hinten ich habe ein sie hat mit mir gesprochen über dieses komische ding und dann habe ich mich ein bisschen erschrocken keine ahnung wie sowas wie ich dürfte fast wie ja das gefühl habe ich leider auch hier ich schmeiß mal die stimmen den stimmen fänger dahin ich bin noch mal das thermometer ausprobieren achte neune ist alles plus hier ja ja minus minus es war kalt außer wir kriegen noch fingerabdrücke ich weiß nicht wo hast nur die hingepackt die uv perfekt geh mal durch ich hole auch eine da ist nichts gewesen ich will es ja nur noch mal checken trau dir auch nicht nur noch schaun hier jetzt war nur auf immer noch gar nicht nach dem knochen geguckt ja das ist ja günstig warum hast du deine hand aus dem fenster ich habe zimmer arrest komm rein kommst du rein komm in mein zimmer komm in mein zimmer das war glaube ich meine tür kannst du mal gucken ob das meine tür war kannst du mich aus meinem zimmer abholen kommt auch mal bitte ich habe angst jetzt kommen ruhig ab in meinem zimmer nein das würde ich hören jetzt kommen ich bin hier im zimmer ja ich gehe ein meter vor 1 zurück komm du her nein du sollst mich nur abholen ja da passiert aber nix ich habe mich im wandschrank versteckt habe ich gesehen hast du nicht habe ich eben wohl ich habe den knochen gefunden und fotografiert also es ist definitiv ein onrio wir brauchen noch den verfluchten gegenstand denn haben wir alles okay kein weecher keine ahnung was kann denn hier wo sein habe ich schon was übersehen hilfst du mir suchen ist ja schon wieder draußen warten langweiler warten feigling ich weiß nicht wo waren denn es war ja noch die alte map also der alte aufbau ich will hier raus ich mach die tür auf dass ich hier raus die krabbelt die krabbeln total ekelhaft ja am fußboden irgendwie ja ja genau da dieser fleck da wieso entkommst du den geistern eigentlich immer warum gehe ich eigentlich immer drauf keine ahnung sie hat aufgehört mich zu jagen sie ist vor mir verschwunden so meter vor ich bin ja nur rückwärts gegangen und habe dann gegen meinen tisch getreten ich gehe immer drauf du du überlebst immer wir wollen nach dem verfluchten gegenstand oder das kruzifix hat und schon den hintern gerettet deswegen bin ich gerade ja ja mir eben ist mir doch egal wir fahren jetzt hab die faxen dicke von der geisterbude wir sind so krasse geisterjäger ich der furchtlose und du bist halt du und du bist stumm ich bin stumm jetzt nicht mehr und ich laber die ganze zeit alles klärchen dann wiederholen wir das eben beim nächsten mal in der nächsten folge phasmophobia ich hoffe ihr schaltet wieder ein wir sehen uns das nächste mal wieder macht's gut ciao